Nice-Time-Kreis! Hallo, mein Name ist Eileen Zumke, ich bin 17 Jahre alt und mache beim Rhein-Spergischen Kreis eine Ausbildung zur Verwaltungswirtin. Also zurzeit sitze ich im Personalamt und da kümmere ich mich um die Praktikumsanfragen, die reinkommen. Der Kreis bietet super viele Möglichkeiten, super Aufstiegschancen vor allem und die Leute hier sind super nett, es ist alles sehr familiär. Ja, ich finde die Abwechslung total cool. Man hat ganz viele verschiedene, vielfältige Aufgaben und auch super viele Ämter, in denen man wechseln kann. Manche studieren, andere kommen von der Realschule, vom Gymnasium und dann ist wieder einer, der Jura studiert. Nice-Time-Kreis!